Wer morgen zum Coop kommt, der ist selber die Schuld. Was machen Sie morgen? Ich gehe zum Coop. Warum ausgerechnet gerade morgen zum Coop? Sie können es sich gleich ausrechnen. Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Rund 1 Million Konsumenten machen im Schnitt jeden Tag ihre Einkäufe bei Coop. Damit das immer reibungslos funktioniert, braucht es den motivierten Einsatz von einem ganzen Heer von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Rampenlicht stehen natürlich vor allem die Verkäuferinnen, die Filialeiter oder die Centerleiterinnen und natürlich auch die Kassiererinnen, die dafür besorgt sind, dass das Warenangebot jederzeit verfügbar ist und den Überblick auch dann behalten, wenn es ein bisschen hektisch zu und her geht. Coop ist also nicht nur ein grosser Lebensmittelverteiler, sondern auch ein vielseitiger Arbeitgeber mit einer fortschrittlichen Personalpolitik und einem gut ausgebauten System für Aus- und Weiterbildung. So weit möglich hat Coop flexible Arbeitszeiten und in der Regel fünf Wochen Ferien. In den Gesamtarbeitsverträgen der Coop-Gruppe ist auch der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit verankert. Für die meisten Versicherten geht die Leistung der Pensionskassen zudem deutlich über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Der systematische Aus- und Weiterbildung misst man bei Coop seit jeher grosse Bedeutung bei. Zwei eigene Bildungszentren in der deutschen und in der wälschischen Schweiz gehören zu den ältesten firmeninternen Ausbildungsstädten der Schweiz. Es erstaunt darum nicht, dass Coop besonderes Gewicht auf die Ausbildung und Förderung des Nachwuchs leitet. Rund 800 junge Frauen und Männer machen zurzeit bei uns eine Lehre in den verschiedensten Verkaufsregions. Neben der Ausbildung am Arbeitsplatz werden unsere Lehrtöchtern und Lehrlinge, aber auch mit betriebsinternen Kurs und Intensivtrainings optimal auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Und wie sieht es mit der Zukunft aus? Auch nach dem Lehrabschluss lohnt es sich, bei Coop zu bleiben. Abwechslungsreiche Arbeitsplätze in anderen Sprachregionen und ein Ausbau- und Förderungsprogramm mit Aufstiegsmöglichkeiten bis zum Verkaufsleiter stehen allen Interessierten offen. Weitere Informationen kommen Sie in jedem Coopladen über oder bei Coop Schweiz. Berufsinformation, Personalabteilung, Postfach 2550 in 4002 Basel. Neben dem Gestalten von abwechslungsreichen Arbeitsplätzen hat Coop natürlich auch den Sinn für das abwechslungsreiche Essen nicht verloren. Gemeint ist der neue Burger von Galactina eine Spezialität aus kontrolliertem Anbau. Der gesunde, vollbiologische Burger von Galactina ist schnittfest und lässt sich gut portionieren. Er ist in zwei bis drei Minuten goldgelb braten oder paniert und mit einer Beilage serviert ein vollwertiges Menü für Gross und Klein. Dieser neue Burger von Galactina ist von einem erfahrenen Team aus Köch- und Ernährungsberatern entwickelt worden. Darum ist er nicht nur gesund, sondern auch gut und bietet Köchinnen und Köche mit Fantasie eine breite Palette von Zubereitungsmöglichkeiten. Den Galactina-Burger kommen Sie in allen Coopladen in der Molkerei-Abteilung über. Und wenn Sie gedacht haben, das sei schon alles, was Coop für eine abwechslungsreiche Küche ohne viel Arbeit hätte, schauen Sie sich den nächsten Beitrag an. Schach und Matt. Dafür koche ich heute mal. Was hast du am liebsten? Ein feines Pastetli, ein raffiniertes Pilzgericht oder eine Lasagne? Aha. Du hast meine die neuen Fertiggerichte von Coop entdeckt? Midi la Cuisine. Man kocht es gerne und isst es noch lieber. Und jetzt ganz neu bei Coop, nasi goreng. Wie immer jetzt ein paar Aktionsangebote, die Sie bestimmt gut brauchen können. Tarni-Nuss-Stängli im 1kg-Beutel kostet bei Coop nur 6 Franken. Und ein Becher Linea Minarine gibt es für nur 2 zu haben. Ausserdem offerieren wir Ihnen die Silverstone-beschichtete Bratpfanne zu 14 Franken. Und besonders günstig gibt es die karierten Herren-Flanell-Hämpchen zusammen mit einem dazu passenden T-Shirt für ganze 18 Franken. Wie bereits angekündigt, kommen wir jetzt zu der Ziehung der Hauptgewinner aus dem Dilsiter-Wettbewerb. Als Gast bei uns im Studio darf ich Coni Kisling begrüssen. Sie wird uns ausnahmsweise keine Überschläge und Pirouetten auf den Skien zeigen, sondern die Rolle der Glücksfee übernehmen. 50 Gramm schwer ist das kleine Stückchen Dilsiter. Bitte, Coni, jetzt sind wir sicher gespannt, wer gewonnen hat. Jawohl. Acht Tage Mountainbiking auf Teneriffa für zwei Personen hat gewonnen. Frau Ines Yagi, sie wohnt in 38,23 Wengen. Herzlichen Glückwunsch. Viertag Eurotrack-Abenteuer im Berner Oberland, ebenfalls für zwei Personen, geht an Marlies Bucher. Sie wohnt in 9000 St. Gallen. Ebenfalls herzliche Gratulation. Und auf ein verlängertes Wochenende Davos können Sie sich freuen, Doris Graf aus Frauenfeld und Veronika Wagner aus Oberbalm. Ebenfalls mit Ihrer Begleitperson. Herzlichen Glückwunsch. Die übrigen Gewinner werden dann direkt benachrichtigt. Auch Ihnen wünsche ich viel für Genüge mit Ihren Velos, Schlauchbooten und, und, und. Wir sind am Schluss vom Inforama. Heute in einer Woche machen wir dann einen Besuch in einem Betrieb, wo Herr Töpfel verarbeitet. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei wären.